Stufen einer religiösen Entwicklung Auf verschiedenen Entwicklungsstufen wird das mystische Erleben verschieden interpretiert. Archaisch Animistische Weltsicht, belebte Natur Pantheistisches Weltbild Verehrung und Religion ohne Absicht ausgeführt, sondern aus der Unschuld heraus. Auch ohne großes Wissen wird Verehrung ausgeführt, oft undifferenziert und sachlich unkundig. Einfalt Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als eine ältere Person. Magisch Verbindung mit dem Höheren, um profitieren zu können Man verehrt um eigenen Wunsch und Anliegen um Gesetz zu bekommen. Zum Teil hochkomplexe Rituale und Mantras Sittis Die Dimension des Transcendenten wird gebraucht für die Umsetzung von Eigenzwecken. Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als Verbringer von Wundern. Mythisch Die ganze Spiritualität dreht sich hauptsächlich um die Schriften und die Zeremonien wie in den eigenen Schriften dargelegt. Die Erzählungen werden wörtlich verstanden und inkarnieren sich als verhaltensweisende Regeln. Tendenz zum Fundamentalismus Man trägt metaphysischen Ballast, Platz für Wunder. Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als der einmal geborene Sohn Gottes, als den einzigen Weg im Kali-Yuga. Rational Man erkennt die Dysfunktionalität des Nachhängens in mythologischen Erzählungen, Selbstentfremdung durch das Religiöse. Gewichtung wird gelegt auf das, was mit der Vernunft nachzuvollziehen ist. Es gibt Rahmen der Interpretation. Die Wirklichkeit kann nicht mehr auf Worte limitiert werden. Überwindung des Fundamentalismus Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als weiser, heiliger, moralische Instanz. Pluralistisch Die Spiritualität wird verstanden als universelle Offenbarungen, die in allen Traditionen und Kulturen manifestiert sind. Tendenz zum Elektrizismus und Synkretismus bis hin zum Relativismus. Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als einer von vielen Erlösern und Leitfiguren für den Menschen. Integral Man erkennt die fundamentale Wahrheit in den Traditionen und auch deren Ergänzungspotenzial. Wahrheit ist alleinschließend. Der richtige Platz des Relativen ist die Verbindung zum Absoluten. Da die verschiedenen Ansätze immer gemischt sind von Transzendenzbezug, in Klammer Glaube, und kumulativer Tradition, versteht man es, die Essenz herauszufiltern. Überwindung der konfessionellen Gebundenheit, Erfahrung der religiösen Dimension, transkonfessionell. Der Einbruch des Heiligen wird gesehen als revolutionärer Meister von ewig anwendbaren spirituellen Grundsätzen. Sanatan Dharma Der Einbruch des Heiligen, Sternchen, wenn zum Beispiel eine befreite Seele erscheint, wie Jesus oder Chaitanya. Die Minder Kardinnen Trijinder Der Einbruch des Heiligen Türkens kinder